Wir freuen uns, euch wieder am Montag hier begrüßen zu dürfen. 14 Uhr, es wird wieder gebastelt. Heute mit einem sensationellen Thema, was ihr euch auch gewünscht habt, denn es dreht sich heute alles um unsere Holzstäbchen. Und da haben wir was ganz Neues, bunte Holzstäbchen. Wir haben bunte Holzstäbchen und wir zeigen euch heute natürlich auch wieder, wie ihr damit weitergestalten könnt. Wir zeigen euch unter anderem, wie wir dieses tolle Ei machen und natürlich auch, wie wir die ganzen Stäbchen natürlich auch zum Leuchten bringen. Das stimmt. Also es gibt insgesamt zwei neue Stäbchen Leuchtideen. Wir haben einen ganz tollen Vorlagebogen vorbereitet, mit dem ihr dieses tolle Ei basteln könnt. Also alle, die den Stern lieben aus den Holzstäbchen, können jetzt zur Osterzeit ein tolles Osterei damit fertig bauen. Und guckt mal, wie viele Farben. Wir haben insgesamt sechs unterschiedliche, mit denen wir dann basteln können. Wir haben das Ganze auch nochmal in Natur. Mit denen könnt ihr auch arbeiten. Wir haben unser Flammenlicht euch heute mitgebracht. Ebenfalls reduziert. Und nochmal eine richtig tolle Idee, weil ja demnächst auch Muttertag, Geburtstage, Valentinstag steht ja auch vor der Tür. Damit könnt ihr nämlich so eine tolle Holzbox bauen, einfach in Herzform. Unsere Ideen werden wir euch gleich natürlich nach und nach präsentieren. Wir haben tolle Aktionen mitgebracht, die es heute und morgen unter www.ideen-mit-herz.de gibt. Und natürlich könnt ihr uns auch anrufen unter der Hotline, die wir jetzt eingeblendet haben. Ich freue mich riesig auf die Show. Wie sieht es bei dir aus? Ja, total. Also als es hieß, wir machen was mit Holzstäbchen, war sofort, ja, ich habe so viele Ideen. Und dann auch noch das Ganze in Bund. Also wir waren hellauf begeistert, Wendy und ich, als wir gesagt haben, wir dürfen da was machen. Das war wirklich so. Und wir haben auch viele Ideen noch gehabt. Und wir mussten uns wirklich hier sammeln, dass wir die Sachen ausführlich zeigen können. Und deswegen wirklich nur eine Auswahl getroffen haben. Und haben schon gesagt, es kommen noch ganz viele Shows mit den Holzstäbchen. Wir haben was zum Thema Maritim gefunden, was für die Gartendeko. Also es hat eigentlich kein Ende genommen, wie simpel und einfach man so viele kreative Sachen machen kann. Und das einfach aus diesen Holzstäbchen. Ja, du musstest uns tatsächlich schon bremsen, weil wir hatten so viele Ideen, dass es dann irgendwann hieß, nein. Wir machen jetzt erst mal... Das kann man das alles nicht zeigen. Genau. Wir setzen uns jetzt erst mal den Sachen, die wir ausgesucht haben, unseren Favoriten. Ja. Und wir freuen uns dann das ganze Jahr immer wieder auf dieses Thema zurückzukommen. Vielleicht können wir das auch irgendwie in manche Bastelshows dann mit einbauen. Und dann gibt es vielleicht eine tolle Idee, die wir euch dann mitgeben möchten. Bevor es jetzt richtig losgeht, dass wir anfangen zu basteln, gibt es natürlich erst mal ein Gewinnspiel, was wir euch vorstellen. Und dann gucken wir uns noch eure tollen Bastelarbeiten an, die ihr uns zugeschickt habt. Starten wir also einfach mit dem Gewinnspiel. Genau. Deswegen fleißig wieder dieses Video teilen und am Ende der Sendung losen wir dann wieder den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin aus. Und dieses Mal gibt es ein prall gefülltes Überraschungspaket zum Thema der Holzstäbchen. Also freut euch darauf. Und die Aktionen sind echt, also selbst wenn man nicht mit den Holzstäbchen bastelt, gibt es Dekovögel. Wir haben unser Flammenlicht, was super beliebt ist. Wir haben Perlenpans dabei, sogar Perlen. Ja. Also wir basteln heute mit Patricia mit Perlen. Aber kein Schmuck. Nein, wir basteln kein Schmuck. Also ihr könnt damit natürlich auch euren Schmuckbereich dann ausstatten. Wir haben auch ein paar Ideen mitgebracht, mit denen man auch Anhänger und Schmuck gestalten könnte. Aber wir tatsächlich benutzen das heute für was ganz anderes. Also seid gespannt. Und ich bin auch gespannt, welche Farbe euch vielleicht bei diesen Holzstäbchen am liebsten gefällt. Wenn wir uns die gleich nochmal angucken, können wir eine kleine Umfrage mal starten und ihr könnt uns das mal berichten. Und jetzt gucken wir uns einmal gemeinsam eure tollen Bilder an, die ihr uns zugeschickt habt. Also vielen lieben Dank da nochmal. Wir gucken uns jetzt vielleicht das letzte Mal nochmal an, was es an tollen Weihnachtsbastelideen gab, weil wir noch gar nicht angefangen haben, hier richtig zu basteln. Nee, und genau deswegen haben wir jetzt hier von der lieben Petra zwei ganz stilvolle Häuschenideen. Einmal so eine richtige Winterlandschaft und hier auch nochmal mit dem Wichtel, so ein kleines Wichtelhaus, richtig klasse geworden. Sehr schön, sieht wirklich klasse aus. Ich finde, mit diesen Häusern können wir jetzt auch nochmal rund ums Jahr was machen. Und hier haben wir eben schon gesagt, Frauke ist hinter der Kamera, da ist Frauke ist Stern, den wir auch mit den Holzstäbchen gebastelt hatten. Also das ist auch eine superschöne Idee und ich finde alles auch so in so edlen, weiß, silber, grünen Tönen, das sieht richtig klasse aus. Ja, vielen lieben Dank auch hier für die tollen Bastelarbeiten. Und die liebe Uli hat uns jetzt auch nochmal mit Perlen tolle Sterne gebastelt. Also ich glaube, ihr hattet richtig Spaß jetzt zur Weihnachtszeit mit der Relaxleuchte, sieht echt klasse aus. Ja, richtig schön, auch die Perlensterne und natürlich auch die Grußkarte, sieht auch richtig klasse aus. Und dann haben wir hier noch von der lieben Renate auch noch eine Idee, auch von einer Facebook-Live-Sendung mit dem Engel, sieht richtig klasse aus. Und hier nochmal ein Tablett auch nochmal gestaltet mit den super süßen Rentieren, die da den Schlitten ziehen, richtig niedlich. Ja, ich bin gespannt, was für tolle Ideen ihr jetzt für die Frühlingszeit, für die Osterzeit, also im Prinzip das kommende Jahr haben werdet. Also schickt uns gerne jetzt schon eure tollen Bastelideen an Facebook at Ideen mit Herz.de. Und natürlich gucken wir uns dann gemeinsam hier eure Bastelarbeiten zusammen an und tauschen uns an diesbezüglich aus. So, wir werden jetzt direkt loslegen. Wir haben eine Menge vor, was wir alles basteln. Und natürlich geht es heute um unsere Holzstäbchen. Es dreht sich alles um diese tollen Stäbchen, mit denen wir kreativ werden. Ihr habt zwei Sortierungen zur Auswahl. Die sehen wir hier jetzt einmal. Einmal die bunte und einmal die in Natur. Ihr bekommt in einer Sortierung jeweils 600 Stäbchen. Bei den naturfarbenen habt ihr dann 600 von den naturfarbenen. Und bei der bunten Sortierung habt ihr insgesamt sechs verschiedene Farben. 100 Stück von einer Farbe, mit denen ihr natürlich dann basteln könnt, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich hoffe, wir euch inspirieren unsere Bastelideen heute. Also jede Sortierung jeweils 50% Rabatt. Was bedeutet 4,48 Euro für 600 Holzstäbchen in bunt oder natur. Die haben übrigens eine Länge von 11,4 cm und eine Breite von einem Zentimeter, wenn wir dann damit gleich basteln. Dazu gibt es jetzt ganz neu bei uns im Shop unseren Vorlagebogen. Also es ist eine tolle Vorlage, um ein 3D-Ei aus den Holzstäbchen zu gestalten. Wie das Ganze funktioniert, steht auf der Vorlage. Aber wir erklären euch das gleich auch nochmal Schritt für Schritt, dass ihr das auch leicht und sicher zu Hause nachgestalten könnt. So sieht das Ganze übrigens aus, wenn man das Ei bastelt. Und natürlich brauchen wir etwas Wichtiges, wenn wir mit den Holzstäbchen arbeiten, weil die manchmal vielleicht zu lang sind. Oder wir die Kürze haben möchten, die Rundungen vielleicht abschneiden möchten. Und deswegen gibt es einen tollen Helfer heute. Ebenfalls reduziert ist es unsere Allzweckschere, mit denen ihr unterschiedliche Materialien schneiden könnt. Wie zum Beispiel Draht, ihr könnt damit Floristik schneiden, ihr könnt damit Pappe, Kunststoff und vieles mehr. Die ist nämlich ebenfalls 50% reduziert auf 4,97 Euro. Ihr habt hier so einen tollen Feststellgriff. Das bedeutet, falls ihr die unterwegs irgendwie mitnehmen möchtet, könnt ihr das hier zu machen und dann so transportieren, ohne dass der Bereich hier auf ist. Was natürlich klasse ist für den Transport. Übrigens ist das ein rostfreies Material. Hier, deswegen könnt ihr die auch gerne im Garten zum Beispiel benutzen. Also die Allzweckschere wirklich immer allzeit bereit. 50% Rabatt auch hier. Und bevor wir jetzt uns angucken, wie dieses Holzei funktioniert, was wir alles mit der Allzweckschere schneiden können, gucken wir vielleicht mal uns ein paar Möglichkeiten mit den Holzstäbchen an, die wir schon immer wieder mal in den Shows präsentiert haben und auch mal was dazu erklärt haben. Genau, hier haben wir zum Beispiel auch mit den Holzstäbchen einen richtigen kleinen Garten gestaltet. Hier nochmal ein Häuschen verkleidet. Dann haben wir natürlich aber auch nochmal ein Video dazu, wie jetzt zum Beispiel diese Leuchte nochmal funktioniert. Da vielleicht einfach mal bei uns auf der Seite gucken. Wir können natürlich aber auch kleine Boxen, wenn wir Runde haben. Oder das könnte jetzt auch eine Dose sein, wo vielleicht mal Erbsen oder so drin gewesen sind, die man dann nochmal verkleiden kann. Genau, mir fehlte gerade das Wort. Oder hier auch mal bei diesem Häuschen einfach mal das Dach nachgearbeitet. Und hier haben wir auch nochmal etwas Größeres geschaffen damit, wo jetzt auch nochmal unser Sommerwichtel drin sitzt. Das stimmt. Ihr könnt also riesengroße Rahmen auch mit den Holzstäbchen basteln. Und vieles mehr. Ich habe jetzt schon in den Kommentaren gelesen, da wurde gefragt, kann man die Holzstäbchen auch anmalen? Ihr könnt die natürlich auch in die Naturfarben in den unterschiedlichen Farben anmalen. Deswegen bieten wir euch beide an. Ihr könnt die anmalen, Natur belassen lassen oder ihr benutzt einfach unsere schon fertig gemalten. Da muss man sich nicht so eine Arbeit machen. Wenn wir uns gleich anschauen, wie viel wir eigentlich bei dem Ei brauchen oder auch bei anderen großen Elementen. Da muss man manchmal so teilweise schon 80 Stäbchen anmalen, was natürlich auch eine Menge Arbeit ist. Und das erleichtert das Ganze natürlich. Aber wir gucken uns erstmal unseren tollen Helfer, unsere Allzweckschere an. Und ja, wie gut die schneidet, das präsentiert uns jetzt meine liebe Bastel. Mein Bastelstar an meiner Seite. Denn die kann so einiges. Die kann so einiges. Genau, du hast ja schon anfangs relativ viel gesagt. Also es ist ein absoluter Allrounder. Deswegen heißt sie ja auch Allzweckschere. Ich finde es halt auch eben ganz toll, wie du schon gezeigt hast, einmal, dass sie hier einen Feststeller hat. Das heißt auch da, wenn man sie mal mitnimmt oder so, man kann sich nicht verletzen. Und man hat hier hinten, das hattest du, glaube ich, vorhin einmal vergessen zu sagen, sogar noch eine kleine Schlaufe. Das heißt, theoretisch könnte ich mir hier auch nochmal ein Band mit dran machen. Und könnte sie dann an den Gürtel machen oder so, dass ich sie auch immer parat an mir dran habe. Gerade wenn ich im Garten bin. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt einmal nach oben. Und dann können wir uns das Ganze nochmal von oben einmal schön angucken. Ich habe jetzt hier einmal den starken 2 Millimeter Draht. Und das geht super easy damit, einfach das Ganze durchzuschneiden. Also da kann ich, mache ich mir auch nichts kaputt. Weil wenn ich jetzt hier mit einer normalen Schere dran gehen würde, dann würde ich mir hier die Schneide kaputt machen. Also das funktioniert super. Oder aber auch natürlich unsere Holzstäbchen. Wir sehen hier nämlich schon mal, dass wir gleich welche halbieren müssen. Und zwar mit nach 5,5 Zentimeter. Ich habe mir das hier schon mal angemarkert. Und auch das kann ich jetzt super easy hier einmal drangehen an meinem Strich und kann das hier einmal durchschneiden. Jetzt habe ich natürlich die Kamerafrau wieder einmal abgeschossen damit. Aber auch das geht natürlich super einfach. Oder auch Floristik hier. Oftmals haben die so einen Drahtkern nochmal mit dabei. Auch das funktioniert super einfach, dass ich mir einzelne Elemente hier abschneiden kann. Ohne dass ich sehr, sehr viel Kraftaufwand benötige. Das natürlich auch hier. Wenn ich jetzt hier so ein Element habe und möchte das einmal kappen, kann ich das natürlich auch super einfach machen. Also es ist wirklich toll, dass man jetzt mit der Schere nicht mühsam irgendwie versucht, das zu schneiden. Man macht sich im Prinzip schon fast die Schere kaputt, dass man das einfach zur Hand nehmen kann. Zack. Und auch dickeres, robusteres Material, damit wirklich super zerschneiden kann. Auch einfach. Ja, das ist nämlich das Tolle. So und jetzt kommen wir hier zu unserem Ei, was wir gestalten möchten. In dem Vorlagebogen. Ihr seht das hier zweifarbig ist das hier einmal angedeutet. Ihr habt einmal einen roten Bereich und einmal einen blauen Bereich. Und da legen wir jetzt erstmal an den roten Bereich unsere Stäbe hier einmal dran. Die kann ich hier ganz einfach an meine Hilfslinien anlegen. Und jetzt seht ihr schon, hier oben würde ja jetzt das große Stück viel zu lang werden. Dementsprechend brauchen wir hier unsere 5,5 Zentimeter. Das ist einmal genau die Hälfte von unseren Stäbchen. Und wenn wir das gemacht haben, brauchen wir jetzt einmal unsere Heißkleberpistole. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Bastelkleber machen. Wenn ihr das zum Beispiel mit Kindern macht, geht das natürlich genauso. Ich tariere hier nochmal kurz aus. Und jetzt gebe ich hier einmal einen Klecks drauf und hier oben einmal einen Klecks drauf. Ich finde das super. Hier wird auch schon weitergeholfen, mit welchen Farben man zum Beispiel in den naturfarbenen Holzstäbchen bemalen kann. Da wurde schon geschrieben Acrylfarbe, Wasserfarbe, Filzstifte. Alles möglich. So, die erste Reihe ist immer die schwierigste. Weil da muss man immer nochmal so ein bisschen austarieren. Und im Nachgang geht es dann natürlich nochmal viel einfacher. So, Tipp von mir, wenn ihr hier unten seid, schaut, dass ihr mit der Wölbung hier nicht über das unterste Stäbchen drüber hinaus arbeitet. Solltet ihr das mal passieren, dann arbeitet ein bisschen weiter nach unten die nächste Ebene. Dann, sonst steht es euer Ei im Nachgang nicht richtig. Das ist mir nämlich am Anfang passiert. Und dann dachte ich mir so, wieso steht es nicht? Und dann war nur so, ah, deswegen. Die untere Seite muss schön gerade sein. Und jetzt fragt man sich natürlich, du arbeitest immer in Schichten. Dadurch entstehen gleich auch Rillen, wenn wir uns das so ein bisschen seitlich angucken. Das gibt diesen tollen Effekt. So, und das ist jetzt praktisch meine erste Ebene, die ich gemacht habe. Und jetzt arbeite ich praktisch versetzt. Jetzt würde ich nicht auf dem hier drauf arbeiten, sondern ich kippe es mal. Also hier würde ich jetzt nicht drauf arbeiten, sondern immer auf das, was eine Ebene drunter ist. Also sprich, die erste rote Reihe haben wir ja einmal angelegt. Und da kommt jetzt praktisch wieder unsere nächste Schicht einmal drüber. Die Bereiche, die hochstehen, da kommt das nächste Stäbchen dann. Genau, und dann sollte das dann nämlich so aussehen, dass ihr dann hier die zweite Ebene mit einer Lücke habt. Und so arbeiten wir uns jetzt einmal komplett einmal rum. Ich mache jetzt einmal die eine Reihe noch einmal kurz zum Verständnis drauf in der Schnelle. So. Es steht auch übrigens ganz genau noch mal in der Anleitung, wie viele Stäbe ihr benötigt. Also ab 75 Zentimeter. Und dann könnt ihr natürlich hochschichten, wie weit ihr das möchtet. Wir haben das Ganze hier jetzt schon mal vorbereitet. Mal so ein paar Ebenen. Und die könnte ich jetzt natürlich auch noch mal zusammenfügen. und habe dann dementsprechend ein größeres Ei. Jetzt könnte man natürlich in unterschiedlichen Varianten das ganze Ei vorbereiten. Genau. Zum Beispiel hast du es jetzt in Natur. Man könnte einen Teil mit bunten Holzstäbchen, den anderen Teil in Natur oder zwei Farben kombinieren. Jetzt sehen wir, was wir eigentlich damit machen können. Wir können auf jeden Fall mit Licht arbeiten. Genau, also ihr könnt, wie du schon gesagt hast, Hälfte, Hälfte das Ganze machen. Ich schiebe das mal so ein bisschen nach vorne. Dann haben wir nämlich eine cleanere Fläche. Ich habe jetzt hier einfach eine Drahtlichterkette einmal drum herum geschlungen. Das könnt ihr machen. Ihr könnt jetzt aber auch mit Transparentpapier arbeiten. Und könntet euch dann zum Beispiel eine Leuchte auch gestalten. Da würde ich es jetzt nicht so machen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Sondern würde auf einer Rückseite Transparentpapier drauf kleben. Dann die Lichterkette hier innen drin reinlegen und dann oben auch nochmal festkleben. Und zur Stabilisierung würde ich dann hier nochmal eine Schicht mit den Stäbchen drum herum machen. Einfach, dass das Papier ein bisschen geschützter ist. Das kann man natürlich mit dem Noblesse-Papier machen, aber natürlich auch Unifarben. Und was ich auch schön finde, wir können das Ganze auch mal nur zur Hälfte machen. Das heißt, wie so ein Körbchen dann auch in dem Fall. Das geht natürlich mit dem Transparentpapier. Aber auch natürlich, wir haben nämlich am Mittwoch eine Sondersendung. Und da ist zum Beispiel dieses wunderschöne Duo-Design-Papier im Angebot. Also da schon mal so ein paar Ideen. Und was schön ist, wenn wir das Ganze so ein bisschen schräg nehmen, passt nämlich auch ein kompletter Bogen von hinten einmal dran. Also das könnt ihr natürlich auch machen. Könnt ihr jetzt natürlich damit auch eine Schachtel machen. Ihr könnt eine Box damit gestalten. Ihr könnt XL-Eileuchten damit bauen. Ihr könnt euch Körbchen oder auch einfach Rahmen damit basteln. Alles möglich. Und Patricia hat mich eben schon mit großen Augen angeguckt, ob sie es schon sagen darf. Ja klar, also alle, die es noch nicht mitbekommen haben, aufgrund von Lieferschwierigkeiten musste QVC ja den Basteltag, den großen Basteltag am 17. verschieben. Und wir waren genauso traurig und haben uns im Team mit Karin zusammengesetzt und haben gesagt, da wollen wir aber doch trotzdem noch was machen. Und Karin meinte, da machen wir einfach nochmal eine Sendung am Mittwoch. Gemeinsam mit Karin, die dann hier euch tolle Bastelideen vorstellen wird. Und auch, was natürlich gewünscht wurde, kleine Sets. Ja. Und da war jetzt das Duo-Design-Papier auch mit dabei. Darauf könnt ihr euch am Mittwoch dann auch freuen. So, wir können das Ganze natürlich auch aufstellen. Und da könnte dann zum Beispiel hier ein Häschen nochmal mit drin sein. Und ich habe ja hier gerade so ein bisschen Grünzeug zugeschnitten. Das könnten wir jetzt natürlich auch nochmal hier mit dran arbeiten. Und das Ganze geht natürlich auch nochmal mit dem orangefarbenen Ei. Da haben wir hier die Floristik schon einmal dran gegeben. Und auch hier könnte jetzt wieder unser Hase hier einmal mit drin sitzen. So, und jetzt sind wir natürlich gespannt, falls ihr das Ei nachbasteln würdet. Vielleicht, welches dieser Farben eure Lieblingsfarbe ist. Also, bei dir wüsste ich schon, deine Lieblingsfarbe wäre Lila. Die sehen wir nämlich hier unten. Wir haben aber auch blau, grün, gelb, orange und auch rot. Ja. Ich finde jetzt alles super Farben für den Frühling. Und wir haben jede Farbe in den Mustern, die ihr gleich immer wieder sehen werdet, einmal verarbeitet. Und da bin ich sehr gespannt, was euch dann wirklich am besten gefällt. Ja. Liebe, es bleibt spannend. Das war jetzt die erste Idee, die wir euch heute vorgestellt haben mit den Holzstäbchen. Also ein tolles Ei. Alles, was ihr dafür braucht, ist im Prinzip Heißkleber. Über unsere Holzstäbchen und den Vorlagebogen. Und dann könnt ihr das super leicht nachbauen. Es geht wirklich schnell. Und ihr könnt selber die Tiefe auswählen. Ihr könnt es ganz schmal machen und aufhängen im Fenster. Ihr könnt es breiter machen zum Aufstellen. Ihr könnt euch eine Leuchte gestalten. Es könnte auch richtig schön tief sein. Das ist euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. Was mir gerade noch einfällt, was man natürlich auch, wenn man das jetzt nicht ganz so tief macht, wie wir es hier zum Beispiel gemacht haben, einfach ein Foto vom Liebsten rein und das an die Wand. Ja. Kam mir gerade noch so die Idee. Also das finde ich auch eine richtig schöne Idee, einfach als selbstgestalteten Bilderrahmen. Und das dann auch noch farblich passend zugeschnitten auf das Bild, richtig klasse. Oh, toll. Also selbst Bilder oder das könnte man dann auch verschenken. Das ist ein ganz individueller Bilderrahmen, den ihr dann selber basteln könnt. Also viel, viel Spaß damit. Wir gucken jetzt direkt weiter, denn es kommen noch viele andere Ideen, die wir natürlich mit den Holzstäbchen haben. Und jetzt, wo der Frühling auf sich ein bisschen warten lässt bei diesen kalten Temperaturen, fangen wir Bastler natürlich an, in dem Thema und in dem Bereich schon zu basteln, weshalb wir euch verschiedene Reliefsticker heute und morgen reduziert haben. Die sind jeweils 50% reduziert und ich glaube, viele von euch kennen unsere 3D-Reliefsticker. Das Besondere ist nämlich, wir haben den Bereich, der richtig schön erhaben ist, mit denen wir basteln können. Die haben an sich eine eher matte Oberfläche. Dazu gibt es gleich auch nochmal einen tollen Tipp, wie wir die zum Glänzen bringen können. Denn wir haben natürlich in der heutigen Show vieles kombiniert mit dem Mittwoch, wodurch ihr dann immer wieder die Bastelarbeiten zusammen kombinieren könnt. Und da sehen wir jetzt unterschiedliche Designs auf diesem Bogen. Und auf einem Bogen sind immer ganz, ganz viele Motive drauf. Einen Bogen gibt es dann für 1,97 Euro. Ihr seht jetzt die Artikelnummern, da gibt es auch nochmal Unternummern, wo ihr die verschiedenen Designs bekommen könnt. Zum Beispiel nur mit dem Edelweiß, das ist aus unserer Edelweiß-Sortierung. Dann auch mit dem süßen Reh. Also da gibt es ganz, ganz viele Varianten und ich glaube, das wird jetzt richtig Spaß machen, endlich wieder in diese peppige Farben pro Welt einzutauchen und mit denen zu arbeiten. Und übrigens ist es bei den Reliefstickern immer so, dass wir gespiegelte Motive haben, die ihr auch gegeneinander aufkleben könnt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel Blumen verschenken möchtet, könnt ihr das an ein Holzstäbchen dran machen, ins Blumendouquet rein, in den Strauß mit rein oder auch im Fenster, wenn man mit Winterfolienscheiben arbeitet. Also wirklich unser Tipp des Tages, unsere 3D-Reliefsticker, die auf 1,97 Euro reduziert sind in unterschiedlichen Designs. Wir haben teilweise Vögel, Tassen, Vögelhäuschen und vieles mehr. Und apropos Vögel, da gucken wir nochmal hier was ganz Niedliches uns an, denn wir haben, da komme ich mal so einen Schritt näher, unsere Deko-Vögel heute und morgen ebenfalls reduziert. Ich finde das immer so süß, wie die so als Pärchen hier schon stehen, denn die sind gespiegelt. Der eine guckt nach links, der eine nach rechts. Das ist klasse, wenn man mit denen arbeiten möchte. Also wenn man mit denen bastelt, ist das super, dass die nicht immer in dieselbe Richtung gucken. Ja, weil sie sich auch einfach mal angucken können und man hat immer so zwei so Vogelpärchen auch. Das stimmt. Und wir haben hier insgesamt zehn Deko-Vögel in fünf verschiedenen Farben für 4,48 Euro. Von 8,97 Euro reduziert auch hier nochmal 50% Rabatt. Und guckt mal, wie schön die ausgearbeitet sind, wie niedlich die aussehen mit diesen Federn hier auch. Nochmal also super niedliche Vögel, die ihr jetzt auf jeden Fall zum Basteln benötigt. Also die Artikelnummer sehen wir jetzt nochmal eingeblendet. Mit denen gibt es auch jetzt gleich nochmal tolle Ideen, was damit gestaltet werden kann. Und dann trete ich nochmal einen Schritt zurück. Und dann sehen wir hier einen Artikel, den wir eigentlich sehr gut kennen, aber manchmal immer aus dem Auge verlieren. Das sind nämlich unsere Perlenpens, die auch reduziert sind auf 1,25 Euro. Und das ist eine ganz besondere Sortierung, weil das die Glitzer-Edition ist. Also die haben ganz tolle Glitzerpartikel in dieser Farbe integriert. Mit den Perlenpens kann man ja dann immer schön erhabene Perlen sich einfach fertig machen, indem man, das zeigst du gleich vielleicht nochmal, das haben wir jetzt nicht überlegt, dass wir euch das kurz erklären, aber vielleicht gucken wir uns nochmal an, wie diese tollen Perlen, die wir mit diesem Perlenpens gestalten können, funktionieren. Weil ihr einfach nur mit dem Perlenpens drauf einen Klecks gibt und dann einen Moment wartet und dann zieht sich die Spitze so zu, dass es aussieht wie Halbperlen. Das könnt ihr damit gestalten. Wir haben verschiedene Farben. Falls ihr euch die sichern möchtet, da kann ich sagen, da bitte schnell sein. Ich habe heute Morgen schon gesehen, eine war schon ausverkauft, eine aus der Sortierung. 25 Milliliter gibt es da jeweils und jetzt geht es los, weil jetzt kommen so kleine, einfache Ideen, die wir damit erstellen können. Und zwar habe ich mir hier jetzt schon einmal wieder die bunten Holzstäbchen geschnappt und ein Stück Windradfolienscheibe. Und zwar machen wir jetzt hier nämlich gleich eine Tür. Und da würde ich sagen, switchen wir jetzt einmal wieder die Kamera und wir gehen wieder nach oben vom Blick her. Ich lege mir die nämlich schon mal so hin, wie ich sie gleich platzieren möchte. Und das ist nämlich das Schöne, weil ich kann die jetzt so hinlegen, wie ich es will. Nehme jetzt einmal meine einschleitig klebende Windradfolie und kann die jetzt hier einfach verkehrt herum einmal drauf positionieren. Drücke das Ganze nochmal fest. Und wenn ich das jetzt umdrehe, habe ich eine richtig stabile Fläche, die ich mir jetzt natürlich wieder zuschneiden könnte mit meiner Altweckschere. Und könnte da jetzt hier zum Beispiel einen Bogen reinschneiden. Dann könnte ich hier zum Beispiel sowas hier gestalten, dass man dann wirklich hier diesen Türbogen nochmal hat. Und solche Elemente kann ich dann einfach mit dem Heißkleber wieder draufkleben. Und jetzt können wir das einmal zeigen mit den Perlenpens. Was nehmen wir denn? Wir nehmen einfach mal das Blau mal damit dazu. Wichtig ist, dass wir einmal schütteln und dann arbeiten wir am besten nicht schräg, sondern am besten einmal nach oben. Und hier kann ich jetzt nämlich so einen richtig schönen Punkt machen. Vielleicht können wir auch gleich einmal die Kamera nochmal nach vorne switchen. Dann sehen wir das vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ja, und zwar kann ich jetzt hier einfach hergehen und kann jetzt verschieden hohe Punkte machen. Wichtig ist eben, dass wir nicht so schräg arbeiten, weil dann kriege ich eher so ein Oval hin, sondern wirklich von oben einmal. Und das geht super einfach, dass ich hier meine verschiedenen großen Punkte mir einmal hinarbeite. Und das Wichtige ist jetzt hier, dass ich ja das jetzt einfach so, wie es jetzt ist, liegen lasse und jetzt nicht mehr bewege. Und dann trocknen die auch in der Perlengröße, die ihr da gemacht habt, trocknen die dann einmal auf. So, ich schiebe mir das jetzt einmal kurz auf die Seite. Ich habe nämlich noch ein zweites vorbereitet. Hier hat nämlich die Vandy das Ganze einmal nicht mit Windradfolie gemacht, sondern sich das auch so hingelegt, wie ich euch es gerade gezeigt habe. Und jetzt nicht mit der Windradfolie hier einmal draufgegangen, sondern sie hat hier einmal die Querstreben auch hier wieder mit dem Heißkleber einmal festgeklebt. Und dann haben wir natürlich unsere 3D Reliefsticker. Und die können wir jetzt einfach abziehen und können die natürlich jetzt hier nochmal mit drauf geben. Und so können wir jetzt hier zum Beispiel ein Vogelhaus einmal mit drauf geben oder aber auch das süße Kätzchen hier nochmal mit drauf. Wir können aber auch mit den Blümchen hier nochmal weiter gestalten, was ich auch total schön finde. Oder aber auch, das ist auch niedlich. Guckt mal, wenn wir das jetzt hier drauf geben, das sieht richtig klasse aus. Also so könnt ihr richtig schön spielen. Wir können dann natürlich aber auch unser Vögelchen hier nochmal mit drauf geben, was wir haben. Also da könnt ihr auch wieder spielen, wie ihr das Ganze haben möchtet. Es wurde jetzt gefragt, wie groß die Vögel circa sind. Also die haben eine Breite von circa 2,3 Zentimetern. Also die Höhe der Vögel. Und es wurde auch gefragt, wie lange die Perlenpens brauchen zum Trocknen. Also so zwei bis sechs Stunden, je nach Dicke der Perlen. Je nach Dicke, also ich nehme mal meins nochmal her, habt ihr jetzt hier so eine ganz, ganz dicke Perle, sage ich jetzt mal, braucht die natürlich ein bisschen länger, wie jetzt so eine kleine. Also habt ihr jetzt so eine kleine gemacht, lasst die einfach so zwei Stunden trocknen. Bei so einer großen würde ich dann schon eher sagen, lasst die auf alle Fälle so sechs bis acht Stunden durchtrocknen. Wenn ihr auf der sicheren Seite gehen wollt, macht es fertig, lasst es über Nacht trocknen und dann ist auch alles wieder ready. Wo wir jetzt nochmal beim Thema Perlenpenn sind, reiche ich dir auch nochmal etwas rüber. Es wurde nämlich gefragt, wie diese Windradfolie mit dem Perlenpennmuster gemacht wurde. Das war ja eine Schablone, die wir verwendet haben. Das war die Glasmalfarbe. Genau, da sind wir hier einmal mit der Glasmalfarbe einmal draufgegangen und haben dann hier in der passenden Farbe noch mit dem Perlenpenn gearbeitet. So bekommen wir nämlich dieses klare Relief. Aber wir können das Ganze natürlich auch auf den Grußkarten weiterarbeiten und können hier dann noch ein paar Bubbles weiterarbeiten. Also falls ihr Fragen habt, gerne stellen. Wir versuchen immer wieder mal aufs Handy reinzugucken und bei den Kommentaren mitzulesen. Und falls wir was sehen, versuchen wir das dann so schnell wie möglich zu beantworten. So und das Tolle ist hier zum Beispiel, das ist auch der Perlenpenn. Bloß da sind wir hergegangen und haben das Ganze einmal gespachtelt. Das heißt, wir haben die Schablone einmal draufgegeben, haben uns hier oben einmal den Perlenpenn aufgetragen und sind dann einmal mit dem Spachtel das Ganze runtergezogen. Dadurch, dass das natürlich auch hier so ein richtig schönes Relief gibt, ist das so richtig schön erhaben. Das kann man echt so ein bisschen spielen. Hier nochmal die Idee mit der Laterne. Ich gebe dir das mal in die Hand, dass man das Vögelchen reinsetzen kann. Die liebe Dagmar hat nämlich geschrieben, der Frühling kann kommen. Das wäre auch so ein toller Frühlingsbote, oder? Ja, das definitiv. Und auch hier wieder ein ganz, ganz tolles Set mit den Laternchen und die Vögelchen ist eine superschöne Ergänzung dazu. Also hier nochmal der Tipp, das sind insgesamt 20 Laternen, die ihr zusammenstecken könnt. Das ist ein Glückstreffer-Set bei uns im Shop. Da reingucken, weil ihr da nochmal echt viel spart, weil die reduziert sind. Also 20 Laternen für 9,97 Euro, wenn ich mich nicht irre, findet ihr bei uns im Shop. Wir haben die gleich auch in den Empfehlungen, da können wir uns das gleich auch nochmal angucken. Dann hier mal eine Idee, hier haben wir jetzt die naturfarbenen genommen und haben die jetzt mit unserer Multi-Surface-Farbe einmal angemalt. Und das Ganze jetzt in so einem Gitternetz aufgegeben. Und hier könnte das zum Beispiel auch für Ohrringe sein, also entweder als Podest, um das draufzustellen. Aber ich fand das auch ganz witzig, wenn man das jetzt so leicht aufstellt und man kann sich dann hier seine Ohrringe drauf hängen. Auch nochmal eine schöne Idee, das Ganze. Dann haben wir hier auch nochmal einen Aufsteller gestaltet mit diesen wunderschönen 3D-Relief-Stickern. Sieht auch klasse aus. Wir können da jetzt dann auch gleich nochmal von vorne gucken. Da sieht man das nämlich so richtig schön, wie toll das nochmal in Szene gesetzt ist. Und da können wir natürlich auch nochmal weiterarbeiten. Hier unten könnt ihr jetzt auch nochmal eine Bordüre dran. Also da, sie sind so vielseitig. Wenn es hier auch Bordüren gibt, also mit den 3D-Relief-Stickern auch mal ein Bordüren zu haben, finde ich auch echt klasse. Ich hatte eben jetzt noch gesagt, dass wir natürlich bei den Relief-Stickern eher eine mattere Oberfläche haben. Ja. Und wir natürlich viel mit dem Mittwoch versucht haben zu kombinieren. Und da sehen wir das denn. Du erklärst uns auch am Mittwoch, wie wir mit dem Resin arbeiten, was ja ganz neu bei uns im Shop ist. Und wie wir das zum Beispiel mit den 3D-Relief-Stickern kombinieren können. Genau, ich würde sagen, wir switchen nochmal die Kamera nach oben. Da kann ich das nämlich nochmal ein bisschen besser zeigen. Und zwar sehen wir hier bei der Katze, das ist so eine richtig matte Oberfläche. Und hier habe ich zum Beispiel mal die Mitte von der Sonnenblume mit dem Resin gearbeitet. Und das bekommt so eine richtige kleine Erhebung hier nochmal mit drauf. Und das ist so richtig schön glänzend. Und auch der Schmetterling hier oben ist einmal komplett damit gearbeitet. Es ist, wenn ich den abziehe, den Schmetterling, er ist noch flexibel. Also er ist nicht komplett steif. Also er lässt sich noch mitbewegen. Und ich kann den natürlich so immer wieder abziehen und weiterarbeiten. Oder wir arbeiten mal hier bei der Katze mal nur die Augen raus. Und die bekommen dann so richtig schöne 3D-Effekte, diese Katzen. Das ist unglaublich, was für eine Tiefe entsteht, wenn du bestimmte Bereiche hervorhebst. Genau. Und das ist nämlich das Schöne. Das erklären wir auch Mittwoch nochmal ganz genau, wie es funktioniert. Und das ist so super einfach, das zu arbeiten. Deswegen sichert euch hier schon mal die 3D-Relief-Sticker und dann am Mittwoch vielleicht das Resin dazu. Ja, das könnt ihr super kombinieren. Also ein kleiner Vorgeschmack, was ihr heute machen könnt. Aber auch am Mittwoch. Da kommen viele tolle neue Ideen. Übrigens habe ich in den Kommentaren gelesen, da war pure Begeisterung bei dieser niedlichen Tür. Wir fanden die auch super süß. Auch mal alle Farben zusammen zu kombinieren als Türchen. Und hier dann auch diese kleinen Details mit zum Beispiel den Perlenperlen fertig gemacht. Herrlich. Und selbst hier dieses Podest ist ja auch aus den Holzstäbchen. Genau, das ist auch aus den Holzstäbchen. Und hier haben wir das Ganze wieder mit der Windradfolie einmal unten fixiert. Also überall seht ihr heute die Holzstäbchen. Hier seht ihr auch nochmal die Windradfolienscheibe. Also das ist richtig klasse. Und hier sogar das Gartendorf. Auch hier nochmal die Beschilderung ist auch nochmal richtig mit den Holzstäben gemacht. Also unsere Augen, ich weiß gar nicht. Manchmal muss ich selber hier lachen, weil ich kenne die Sachen schon. Und wenn man euch das präsentiert, ist man trotzdem wieder selber begeistert und denkt sich so, ah, das ist so süß. Und ja, man verliebt sich immer wieder aufs Neue, auf diese tollen Muster. Ich hoffe, euch geht es auch so. So, wir werden jetzt weitermachen. Das waren mal ein paar kleinere, einfache, aber auch fiffige Ideen, die wir mit den Holzstäbchen machen können. Jetzt kommt das Ganze zum Leuchten. Denn wir werden euch jetzt zwei tolle neue Leuchtideen zeigen mit unseren Holzstäbchen. Also seid gespannt auf unsere Holzstäbchen leuchten, die wir für euch diese Woche entworfen haben. Und dafür brauchen wir das Flammenlicht. Und wir werden auch so ein bisschen mit unserem Flammenlicht spielen und es etwas verändern, wie das Ganze funktioniert. Dazu gleich mehr. Aber wir gucken uns als erstes einmal unser tolles Flammenlicht an, was heute und morgen auf 1,98 Euro reduziert ist. Das bedeutet, ihr bekommt hier 50% Rabatt. Und unser LED-Flammenlicht hat natürlich eine Timer-Funktion, eine Höhe von 9,5 cm und einen Durchmesser bei der Leuchte von 4,5 cm. Das Ganze, das Einzige, was ihr dazu noch benötigt, sind Batterien. Und ich hatte letztens mit unserem tollen Kundenservice gesprochen. Und die hatten uns erzählt, dass immer wieder Kunden Probleme haben, dass die die falschen Schrauben hier aufschrauben. Deswegen wollte ich euch nochmal ganz kurz erklären, dass es wichtig ist, falls ihr das Batteriefach öffnen möchtet, bitte immer die eine Schraube, die hier versehen ist, aufschrauben und dann könnt ihr die Batterien einsetzen. Also diese zwei Schrauben braucht ihr gar nicht aufzuschrauben, wenn ihr die Batterien einsetzen möchtet oder auch wechseln möchtet. Also das ist unser Flammenlicht, was heute und morgen reduziert ist mit diesem tollen Flackereffekt, den wir jetzt natürlich auch mal sehen. Ich merke das eigentlich auch, dass wir so ein bisschen Bewegung haben bei dem Licht und das nicht nur einfach ein schlichtes Licht ist, was einfach durchleuchtet. Es macht ganz viel bei einer Leuchte, wenn das Licht sich nochmal so ein bisschen bewegt. Also unser Tipp hier, das LED-Flammenlicht, super beliebt bei euch. Und wir werden gleich eine Leuchte zaubern und dafür brauchen wir etwas ganz Besonderes. Wir haben es heute schon erwähnt und zwar unsere Perlen, die ebenfalls reduziert sind, einmal in 10 und auch einmal in 14 Zentimeter Durchmesser. Das sind ganz besondere Kristallperlen, mit denen wir gleich basteln werden. Ihr habt verschiedene Farben, ihr habt eine Sortierung mit allen Farben, ihr habt auch eine Sortierung mit jeweils 10 Stück von einer Farbe. Also sucht euch die da aus, 10 Stück immer in einer Packung. Ab 1,48 Euro gibt es die Perlen heute und morgen reduziert. Natürlich könnt ihr auch damit Schmuck gestalten, ihr könnt euch tolle Anhänger basteln, wie zum Beispiel eine Libelle oder auch eine Hummel. Gucken wir uns gleich auch an, die haben wir euch noch rausgesucht. Aber sichert euch auf jeden Fall unsere wunderschönen Kristallperlen, die echt toll funkeln in den verschiedenen Farben. Ich mag auch, dass wir die in zwei Größen haben. Ja, das ist nämlich das Schöne und wir können die natürlich für Schmuck, aber auch natürlich für andere Sachen nochmal verwenden. Zum Beispiel auch für Aufhängungen sieht das auch richtig schön aus, weil sobald da das Licht drauf scheint, man sieht es jetzt auch gerade richtig schön, die fangen sofort an, so richtig schön edel zu funkeln. Also das ist eine richtig klasse Perlen, ich liebe diese Kristallperlen. Also viel Spaß, also sei es jetzt im Schmuckbereich oder aber auch als Anhänger oder für unsere Leuchten, die wir euch gleich zeigen werden. Ich denke, damit werdet ihr viel Spaß haben als Schmuckbastler oder auch Nicht-Schmuckbastler. Und jetzt sind wir, glaube ich, ganz gespannt, wie wir diese tolle Leuchte gestalten können mit den Holzstäbchen und auch mit den Perlen. Genau, ich habe mir jetzt hier schon einmal das Flammlicht geschnappt, das brauchen wir jetzt nämlich. Und ich habe mir hier die blaue Sortierung dieses Mal rausgesucht und zwar brauchen wir hier insgesamt 124 Stäbchen, wenn ihr die Lampe richtig hoch machen möchtet. Ihr könnt die aber natürlich auch sagen, das ist mir ein bisschen zu hoch, ich mache es flacher, dann braucht ihr natürlich dementsprechend wenig. Wenn ihr es so nachbauen wollt, wie wir es euch jetzt zeigen, dann braucht ihr eben zwei Packungen von diesen bunten. Und zwar starten wir jetzt, indem wir wieder die Kamera einmal switchen. Und ihr seht es hier schon, ich habe das Ganze hier schon einmal hingelegt. Wir brauchen einmal zwei Stäbe, die einmal so parallel sind und dann brauchen wir einmal einen dritten. Und zwar geben wir da wieder links und rechts einmal Heißkleber dran. Und jetzt setzen wir das einmal hier unten einmal dran, dass wir praktisch, jetzt haben wir einmal ein U und das Ganze schließen wir jetzt nochmal zu einem Quadrat. Das machen wir jetzt hier oben auch noch einmal. So, und jetzt ist das selbe Prinzip eben gerade, wie wir es hatten mit dem Ei. Das heißt, auch hier machen wir es wieder so, dass wir jetzt hier die Stäbe übereinander setzen. Und das machen wir eben so lange, bis wir eine Viererkombi haben. Das heißt, jetzt würden hier und hier wieder eins drauf kommen, bis ihr dann irgendwann eben, wie gesagt, immer drei Stäbchen übereinander habt. Das Ganze macht ihr dann, jetzt muss ich kurz nachzählen, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölfmal, nicht vorbereitet. Aber super gelöst. Also ihr braucht zwölf von diesen Quadraten. Ich habe mir jetzt hier mal drei vorbereitet, beziehungsweise die liebe Wendy hat mir das vorbereitet. Und zwar arbeiten wir hier wie folgt. Wir legen uns jetzt hier das einmal dran. Und jetzt setzen wir hier an die vier Ecken schon mal unsere Perlen. Das können wir schon mal machen. Das heißt, wir setzen die Perlen hier einmal dran. So, das machen wir jetzt hier einmal. An alle vier Ecken kommt jetzt eine Perle. Wir haben diese Woche, also letzte Woche besser gesagt, auch festgestellt, dass man diese Perlen super benutzen kann als Podest, also zum Erhöhen von bestimmten Sachen. Ja, das könntet ihr jetzt zum Beispiel auch genauso. Das heißt, wenn ich das jetzt umdrehe, habe ich jetzt natürlich hier einen schönen Tisch. Den müsste ich jetzt hier natürlich noch verkleiden. Aber wir wollen ja jetzt einmal unsere Leuchte weitermachen. Das heißt, die nächste Ebene gebe ich jetzt hier einmal so drauf, dass ich die einmal zur Spitze, dass sie die Spitze zu einem zeigt. Und jetzt gebe ich an alle vier Kugeln einmal Heißkleber drauf. So. Da noch. Und hier noch einmal. Und jetzt drücke ich mein Viereck hier oben drauf. Da warte ich jetzt einen Moment, dass es richtig schön der Heißkleber angezogen hat. Und jetzt arbeite ich weiter. Jetzt kommt hier, hier, hier und hier. Würde jetzt wieder eine Perle kommen. Dann würde das nächste Viereck kommen. Das würde auch wieder aufgesetzt mit der Spitze zu einem zeigen. Hier einmal aufgesetzt werden. Und jetzt seht ihr es hier schon. Das hat dann immer so einen Effekt, dass das dann so weitergeht. Und das macht ihr dann so lange, bis ihr eure zwölf Elemente einmal komplett aufgeklebt habt. So. Und dann können wir jetzt hier einmal unser Flammenlicht natürlich reinsetzen. So. Wir switchen gleich einmal die Kamera, dann seht ihr das nämlich schön. Und so würde das jetzt einmal aussehen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, es ist ganz schön mit dem orangefarbenen Licht. Da fehlt so das letzte Stückchen. Genau, da fehlt jetzt nur das letzte. Dann nehmt ihr einfach die Lampe nochmal ab. Und jetzt keine Angst, ihr zieht einfach den oberen Element einmal ab. So, da passiert auch überhaupt nichts. Das könnt ihr danach wieder aufsetzen. Und jetzt seht ihr schon, wie hier einmal unsere Lichtchen nach oben flackern. Dann nehmt ihr euch jetzt einmal einen Brush Permanent Marker. Ich mache das Lämpchen jetzt mal nochmal aus. Das hat eine Timer-Funktion, deswegen musste ich zweimal drücken. Und jetzt male ich einfach meine Lämpchen. Also alles, was ihr hier orange seht, male ich jetzt einmal an. Ich muss es leider so ein bisschen kippen, sonst sehe ich nicht, wo ich hinmale. So, und damit reduziere ich jetzt das Orange von meinen Lämpchen. Und das ändert auch einfach so ein bisschen die Farbe. Ich finde das echt klasse, wie man jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Flammenlicht pfiffiger spielen kann. Genau, und jetzt seht ihr schon, das Licht ist viel, viel weißer. Aber wenn ich das Ganze jetzt hier drehe, hier haben wir das Ganze jetzt nochmal in so Orange-Tönen eher. Und hier ist das Ganze weißer. Und jetzt kann ich natürlich einfach meinen Deckel wieder aufsetzen. Einfach draufdrücken, schon ist es wieder fest. Und wenn ich jetzt einmal meine Leuchte drübergehe, ist das Ganze einfach ein bisschen heller. Ich würde da vielleicht nochmal ein zweites Mal drübergehen. Dann seht ihr es wie bei dem hier. Da sieht man auch mal so ein bisschen den Vergleich. Genau, da seht ihr es dann natürlich nochmal. Und da seht ihr jetzt, dass das Licht so einen leicht grünlicheren Touch hat. Und das Ganze dann einfach ein bisschen schöner nochmal. Es ist natürlich sehr hell bei uns hier im Studio. Aber bei euch zu Hause kommt das dann natürlich richtig schön nochmal zur Geltung. Jetzt wurde gefragt, wie viele Perlen wir für die Lampe brauchen. Ich werde die gleich zählen, während Patricia anfängt, euch noch weitere Ideen zu zeigen mit den Holzstäbchen und auch Perlen. Oder zählst du schon? Ihr guckt schon die Lampe an. Es könnte auch sein, dass die zählt. Also es sind hier immer fünf Armer hier hoch. Das heißt, wir haben fünf, zehn, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Also ihr braucht 40 von den Perlchen. Vier Packungen sind das dann. Vier Packungen, weil ihr pro Packung immer zehn Perlen habt. Und natürlich ist das tolle, wir haben ja verschiedene Farben. Wir haben ja eine Sortierung, wo ihr alle Farben einmal habt. Wir haben aber auch jede Farbe in der Zehnersortierung. Dann könnte man das natürlich auch toll Ton in Ton gestalten. Oder auch, wie wir es hier gemacht haben, einfach mal mit dem helleren. Also hier sind wir mit den dunklen reingegangen. Hier mit den helleren. Aber ihr könnt die Lampe natürlich auch noch erhöhen, wie ihr möchtet. Ich schiebe die jetzt mal kurz auf die Seite. Weil wir haben nämlich noch eine zweite Version für euch vorbereitet. Und zwar das Ganze als Dreieck gestaltet. Und hier haben wir dann so gemacht, dass wir oben und unten auch so ein etwas erhöhteres Podest gemacht haben. So wie ich euch das hier gezeigt habe. Und dazwischen immer ein Dreieck einzeln aufgeklebt. Und auch das ist natürlich super schön von der Gestaltung her. Und dann hat sich Lilia ein bisschen ausgetobt. Die hat nämlich auch ganz toll Spaß da dran. Und hat uns nämlich dieses wunderbare Stückchen noch gestaltet. Das ist jetzt einmal so ein richtig schöner Regenbogen. Hier seht ihr auch wieder einmal die Perlchen dazwischen gesetzt. Und ich kipp euch das mal. Das ist auch immer jeweils ein Dreieck, was ihr hier habt. Und immer die Dreiecke übereinander gesetzt. Und ihr bekommt diesen Fächer hin, indem ihr hier unten immer die Stäbchen an Stäbchen klebt. Und hier oben einfach eine Perle dazwischen setzt. Und somit bekommt ihr nämlich diesen Fächer hin. Das sieht so klasse aus. Und hier unten nochmal die Perlen als Füßchen unten dran gesetzt. Also das ist richtig klasse. Und hier könnte ich mir sogar noch Lichterkette drin vorstellen. Das sieht echt schön aus. Ich hätte, also wenn man sich die Farben anguckt, denkt man gar nicht, dass das im Bund so toll kombiniert werden kann. Also alle Farben zusammen. Wir haben eben nochmal gezeigt, was wir auch im Bereich Schmuck oder Anhänger gestalten können mit den Perlen. Und weil ihr diese tolle Hummel so niedlich fandet, gucken wir uns die vielleicht nochmal einmal bei dir. Weil da können wir richtig schön nah ran. Und die einzelnen Möglichkeiten an, was es bei den Perlen noch gibt. Ich lege die hier mal zu dir. Also wir haben hier einmal die Hummel, die haben wir einmal gemacht. Da müsst ihr auch mal gucken. Die hatten wir, glaube ich, auch mal bei Facebook erklärt. Das war eine Sendung, die ich mit Frauke zusammen gemacht habe. Also da einfach mal gucken in der Videothek. Und so könnt ihr das natürlich auch nochmal gestalten mit den kleinen 4 mm Perlchen. Ihr könnt aber auch natürlich Libellen gestalten. Dadurch, dass wir hier natürlich auch diese großen Perlen dazwischen haben, sind das natürlich auch richtig schöne, große, opulente Perlen. Oder aber auch hier mit den Metallflügeln nochmal richtig schön gestaltet mit den Kristallperlen. Aber natürlich auch Armmänner sehen richtig, richtig klasse aus. Hier mit den Sternperlen in Kombination. Und hier das Ganze auch nochmal mit in einer anderen Farbe. Kann man sich auch toll selbst gestalten. Als Halbkette. Also hier jetzt zum Beispiel die Combi sieht richtig klasse aus. Ja, echt schöne Ideen. Übrigens haben wir bei der blauen großen Leuchte mit den 4 Ecken die größeren Perlen, also die mit 14 cm Durchmesser benutzt. Und bei der dreieckigen haben wir die mit 10 cm Durchmesser. Millimeter. 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 Zentimeter wäre jetzt so ein bisschen viel. Aber ihr könnt natürlich auch 14 cm Kugeln. Wenn wir solche Kugeln finden, dann machen wir das auch mal. Wäre bestimmt auch witzig. Ja, es wäre ein großer Abstand. Das wird dann schwierig mit den einzelnen Schichten. Da seht ihr, warum wir eigentlich immer zu zweit sind. Wenn mal einer was vergisst, ist der andere da. Ich war gerade etwas redetiert. Ich habe mich auf anguckt und dann dachte ich mir so, warte mal, habe ich jetzt die Größen vertauscht? Nee. Einfach nur anders gesagt. Herrlich. So, wir machen weiter. Denn wir haben noch tolle Ideen und Aktionen für euch mitgebracht. Jetzt gucken wir uns einmal unser Reispapier an, was ebenfalls heute und morgen reduziert ist. Da ist natürlich dann wieder die Frage, wer von euch hat schon mal mit unseren Reispapieren gearbeitet. Das ist richtig schön, wenn ihr auch zum Beispiel upcyceln möchtet, könnt ihr damit arbeiten. Das Ganze ist, wir haben das jetzt einmal auf eine Pappe geklebt, aber auch transparent. Wodurch ihr auch mit Licht arbeiten könnt. Ich hatte eben jetzt ganz spontan die Idee, Karin hatte mal in einer Sendung gezeigt, dass man alte Gläser benutzen kann und mit dem Flammenlicht kombiniert. Wenn ihr das alte Glas, was ihr dann zu Hause habt, einfach mit dem Reispapier kombiniert, hättet ihr eine ganz tolle Leuchte super schnell gebastelt. Also vielleicht da nochmal die Idee. Wir sehen jetzt die verschiedenen Reispapiere. Ihr habt immer zwei Designs in einer Sortierung. mit den jeweiligen Artikelnummern und das Ganze für 1 Euro. Die haben eine Größe von DIN A4. Das bedeutet, zwei Designs gibt es dann heute und morgen für 1 Euro. Das sind ganz tolle Vintage-Motive, Blumen-Motive. Sucht euch aus, was euch am liebsten gefällt. Gleich gibt es natürlich auch tolle Tipps, wie wir das mit den Holzstäbchen kombinieren können, denn ihr könnt das auch auf die Holzstäbchen aufkleben. Das erklären wir euch gleich. Und wir hatten nochmal eine ganz tolle Idee, dass wir mit Stempeln arbeiten können. Und mit diesen Stempeln können wir auch auf unsere Holzstäbchen draufgehen. Einfach mit dem Stempelkissen und dann als Untergrund eine Wand aus Holzstäbchen euch zusammenbasteln. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ihr habt bei unseren tollen feinen Konturstempeln zum Thema Ostern sechs große Motive. Ihr habt sogar noch Schriften mit dabei. Und dann nochmal kleine Eier, mit denen ihr ganz viel Stempel-Spaß haben könnt. Für 2,49 Euro das Ganze mit der Artikelnummer, die wir jetzt eingeblendet sehen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns direkt an, was wir euch für tolle Ideen mit diesen zwei Techniken mitgebracht haben. Mit dem Reispapier sowohl als auch mit den Stempeln. Denn da kann man auch jetzt wieder so mit pfiffigen Handgriffen was ganz Neues kreieren. Ja, genau. Und das Tolle ist nämlich, wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn man die Perlchen einmal unten drunter klebt, kann man sich kleine Füßchen bauen und hat dann so kleine Podeste. Und das haben wir hier mal gemacht und haben das Ganze mit Reispapier veredelt. Und wir schauen uns das am besten von oben nochmal an. Dann kann ich euch das nämlich besser zeigen nochmal. Und zwar haben wir dieses Mal unsere Holzstäbchen nicht gerade hingelegt, sondern etwas in so einem leichten Bogen das Ganze gemacht. Haben dann unseren Dekopage-Kleber einmal aufgetragen, Reispapier drauf und sind nochmal mit einer Schicht Dekopage-Kleber drüber gegangen. Das ist ein Kleber und Versiegler 2 in 1. Und dann hat man hier so eine richtig schöne Oberfläche, die ich auch mal abwischen kann. Und auf der Rückseite sehen wir hier nochmal die beiden Holzstäbchen, die das Ganze an Ort und Stelle fixieren. Und wir haben hier nochmal unsere Kugeln drunter geklebt, unsere Perlen. Dann haben wir hier so ein kleines Podest. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel noch einen kleinen Spruch mit drauf geben und eine kleine Blumenvase könnten wir hier drauf tun. Und ich drehe das Ganze jetzt mal um. Dann können wir vielleicht einmal nochmal switchen und wir sehen das Ganze nochmal von vorne. Das sieht nämlich richtig klasse aus. Der könnte jetzt zum Beispiel auch hier so dran lehnen. Also das sieht richtig schön aus, wenn man sich da so kleine Podeste und kleine Welten baut. Dann kann man natürlich mit derselben Technik sich natürlich auch hier so kleine Anhänger gestalten und bauen. Hier haben wir auf der Rückseite wieder unsere Windradfolienscheibe geklebt und haben dann hier mit dem Multifunktionswerkzeug hier zwei Löcher reingegeben, damit wir das aufhängen können. Und hier sehen wir nämlich, wie schön das mit diesen Feinkonturstempeln aussieht. Wenn ich da dann natürlich draufstempelt, die könnte ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen kolorieren, wenn ich möchte oder ich lasse es so. Also das sieht richtig klasse aus. Und dann können wir natürlich auch nochmal uns kleine Welten bauen. Hier haben wir nämlich dasselbe Prinzip, was ich euch gerade hier gezeigt habe. Haben wir hier auch einmal dran gegeben und haben das Ganze in die Rundung von unserer Holzscheibe einmal gegeben. Auch wieder das Reizpapier hier einmal rein. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auch nochmal ein süßer kleiner Hase vorne mit beisitzen. Ihr könnt aber natürlich auch das Reizpapier anderweitig noch einarbeiten. Zum Beispiel kann man das natürlich auch in Rundungen arbeiten und dann natürlich auch sich so richtig schöne leuchten. Oder jetzt auch hier Thema Upcycling auf Gläser, auf Flaschen, die ihr habt. Dadurch, dass es natürlich auch lichtdurchlässig ist, ist das natürlich richtig schön die Möglichkeit, das weiter zu gestalten oder hier eine Spardose mal mitgestalten mit dem Reispapier. Aber was ich auch ganz toll finde, ist hier zum Beispiel ein Tablett sich gestalten und hier zum Beispiel mit unserem Epoxy-Tarts-Lack nochmal mit unserem Epoxy reinzugehen und das Ganze dann versiegeln. Und dann kann ich hier natürlich das auch als Frühstücksbrett verwenden und dann immer von A nach B mein Tablett tragen. Stimmt. Also es macht wirklich Spaß, mit dem Reispapier zu arbeiten. Man kann es vollflächig benutzen, so wie wir es jetzt bei dem Tablett sehen. Ihr könnt euch das aber auch zurechtreißen. Und man kann nicht nur Sachen damit verkleiden, sondern auch alte Sachen einfach upcyceln. Ich hatte mit Frauke mal eine ganze Show, wo wir ganz viele Ideen hatten. Die haben wir euch auch bei uns im Shop verlinkt. Also wenn ihr bei uns auf der Startseite auf das Bildchen geht, wo alle gemeinsam sind, da kommt ihr nämlich auf unsere Live-Show-Seite und dann findet ihr die Show zum Thema Reispapier, was man damit machen kann. Vor allem auch alte, aus alten Sachen wirklich richtig schöne neue Gestaltungsideen und Möglichkeiten damit zaubern. Ich finde es toll, dass man da mit Licht arbeiten kann und jetzt auch mit den Stäbchen. Genau, das ist nämlich das Schöne, weil dieses Reispapier so vielfältig ist, dadurch, dass es sich ja um das Objekt, was ihr bekleben wollt, richtig anschmiegt. Also ihr könnt das entweder als komplette Fläche nähen oder, wie du schon sagst, man reißt es oder man schneidet es sich klein und kann dann so auch natürlich um Rundungen arbeiten. Sieht auch ganz toll bei Kugeln aus. Das stimmt. Das Einzige, was man dafür braucht, um damit zu arbeiten, wäre dann unser Dekopage-Kleber. Den haben wir gleich auch in den Empfehlungen. Wir haben auch einen Sprühkleber, der auch weiß grundiert. Den gibt es, glaube ich, auch noch bei uns im Shop. Dann funktioniert es nur nicht mehr auf Leuchten. Also wenn man den Sprühkleber verwendet, dann hat man eine weiße Fläche auf der Rückseite und dann geht natürlich kein Licht mehr durch. Also die zwei Möglichkeiten habt ihr, falls ihr mit den Reizpapieren arbeiten möchtet, braucht ihr auf jeden Fall den Kleber noch dazu. Der eine fungiert ja dann auch als Lack. Genau. Den kann man dann auch verwenden. Also falls ihr euch da interessiert, da gibt es ganz viele Videos und natürlich auch Anleitungen, was ihr damit gestalten könnt. Ich habe eben auch noch in den Kommentaren gelesen, dass man tolle Untersetzer gestalten kann mit diesem Tablett. Also es ist für mich wie so ein Mini-Tablett, aber könnte jetzt natürlich auch ein Untersetzer sein. Genau, könnte ein Untersetzer sein. Dann in dem Fall die Kugeln einfach nur weglassen würde ich jetzt in dem Fall oder noch ein paar mehr machen. Oder Holzkugeln. Oder Holzkugeln in dem Fall. Ich glaube, ich würde dann nur noch ein paar mehr Kugeln machen, dass es ein bisschen stabiler ist. Und dann könnt ihr dann natürlich auch als Untersetzer das Ganze verwenden. Also wir sind jetzt fast schon am Ende der Sendung, aber wir haben euch noch eine tolle Idee mit Herzen mitgebracht. Und die erklären wir euch. Denn wie diese Schachtel funktioniert, das basteln wir jetzt gemeinsam. Dann gucken wir uns noch die Termine an. Alles an Empfehlungen, was ihr benötigt. Und dann ist es leider eigentlich, nee, für diese Woche nicht gewesen. Also wir sehen uns diese Woche ja nochmal am Mittwoch. Und einige haben schon gefragt, wann es denn am Mittwoch losgeht um 15 Uhr. Ihr könnt die Sendung wieder auf Facebook live verfolgen und auch auf unserer Startseite sind wir dann zu sehen. Und alle, die sagen, ich schaffe es um 15 Uhr gar nicht, können gerne dann im Nachhinein die Show immer wieder gucken. Die taucht dann auch am späten Abend bei YouTube auch auf. Und jetzt legen wir los, denn wir erklären euch noch ganz schnell, wie diese tolle Herzschachtel funktioniert. Ich finde die richtig schön. Wie kommen wir da hin? So, ich klicke das schon mal da hin. Genau, wir brauchen natürlich die Holzstäbe. Wir haben uns diesmal für das Rot entschieden. Wir brauchen dann hier auch wieder zugeschnitten, also hier auch wieder halbierte. Deswegen da auf alle Fülle die Allzweckschere euch sichern. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt einmal wieder die Kamera und dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen. Weil Wendy hat mir das hier nämlich schon mal vorbereitet. Und zwar ist es wichtig, dass wir uns das Ganze hier einmal ausmessen. Und zwar, wenn wir hier das mit der Schneidmatte machen, dass wir hier bei den 7 cm hier einmal anfangen und uns das hier einmal so parallel hochlegen. Da müssen wir hier von der Kante auch nochmal 7 cm hoch messen und dann so einen kleinen mit rein, also so einen halbierten Stab. Und dann gehen wir von der Spitze zu der Spitze auch wieder 7 cm. Und dann haben wir hier nämlich immer so diesen 7 cm Abstand. Also auch wieder von hier zu hier die 7 cm. Das ist einmal wichtig, dass wir uns das so vorbereiten. Und dann können wir jetzt hier einmal wieder hergehen und können unser Herz schließen, weil so sieht es jetzt ein bisschen wild aus. Und zwar gehe ich jetzt hier einmal dran und gebe das Ganze jetzt hier einmal dran. Habe jetzt hier meinen ganzen Stab einmal wieder, den ich hier zu meiner 7 und auch hier zu meiner 7 einmal arbeite. Und jetzt brauche ich hier noch meine zugeschnittenen Elemente. Das mache ich jetzt hier einmal dran. Und jetzt sieht man schon langsam, es wird ein Herz. Dann muss ich natürlich noch die Spitze verbinden. Es wurden jetzt nochmal ein paar Fragen zum Kleber gestellt. Also beim Reispapier, wir erklären euch das gleich glaube ich auch nochmal bei den Empfehlungen, da sehen wir das nämlich. Benutzt ihr den Dekopage, Lack und Kleber und bei den Holzstäbchen, wenn ihr mit denen arbeitet, könnt ihr mit dem Heißkleber oder mit dem Bastelkleber arbeiten. Da sagen einige, ich arbeite lieber damit oder damit. Du arbeitest glaube ich lieber mit dem Heißkleber. Genau, ich arbeite lieber mit dem Heißkleber, weil es schneller geht und ich es dann halt gleich anfassen kann. Wenn ich jetzt mit dem Bastelkleber arbeite, muss ich immer noch einen Moment warten und durchtrocknen lassen. Und es verschiebt sich mir leichter. Das ist halt immer so die Frage, mit was möchte ich lieber arbeiten. Würde ich jetzt mit Kindern arbeiten, würde ich es jetzt auch mit dem Bastelkleber machen und nicht mit dem Heißkleber. Lilia war auch total fasziniert vom Bastelkleber. Sie meinte zwar, sie muss immer ein bisschen warten, bis ein paar Schichten durchgetrocknet sind, dass das Ganze nicht verrutscht. Aber sie fand das irgendwie toll mit dem Heißkleber, also mit dem Bastelkleber. Das ist immer so eine Sache, wie man es halt lieber machen möchte. Das Ganze, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, mit den Zentimeterangaben, übertrage ich mir dann natürlich auch einmal auf mein Duo Designpapier. Da nochmal am Mittwoch einschalten. Da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Designs nochmal. Und hier können wir das dann einmal aufgeben. Und jetzt würde ich dann noch eine Schicht weiterarbeiten. Und dann nach oben hin mein... Wie her, das Herzchen? Genau, meine Herzbox. Ja. Einmal nach oben arbeiten, dass ich eine Tiefe bekomme. Und hier sehen wir schon, hier haben wir einmal unser erstes Stück. Dann habe ich einmal das Papier reingegeben und dann arbeite ich einmal nach oben weiterhin. Und so kann ich jetzt hier zum Beispiel meinen Schmuck reingeben oder aber auch ein paar Süßigkeiten schön das Ganze verschenken. Und Lilia hatte da so einen Spaß und hat dann so gesagt, ah, finde ich toll, aber ich habe noch eine andere Schalenidee. Und die hat uns hier nochmal eine... Sechseck? Ja, ich glaube ja. Ja. Die ist durch sechs, ja. Eine Sechseckschale nochmal gestaltet. Und das geht eigentlich auch ganz einfach. Ihr arbeitet euch, wie ihr es hier oben seht, nur in kleiner einmal das Sechseck vor. Ich drehe euch das hier auch mal um. Also ihr habt immer dieses Sechseck und arbeitet das dann immer weiter auseinander. Also ihr werdet immer ein bisschen breiter, wie ihr das aufeinander arbeitet. Und zum Schluss verkleidet ihr dann einfach noch den Boden und arbeitet hier, wenn ihr die passende Breite habt. Wenn ihr irgendwann nicht mehr weiter werden könnt, dann setzt ihr einfach so ein paar Ebenen übereinander. Aber das würde ich sagen, vielleicht erklären wir das nochmal in einem Video. Genau. Ja. Das könnten wir machen. Oder vielleicht in den nächsten Live-Shows zum Thema Holzstäbchen, die uns das ganze Jahr, glaube ich, wenn ich das jetzt so sehe, begleiten werden. Übrigens war jetzt nochmal eine tolle Idee, dass man hier bei dem Herzchen auch ein Foto einsetzen kann. Also so wie du es beim Ei auch vorgeschlagen hast. Ja, auch eine tolle Idee. Ja, also klar, statt hier das Duodesignpapier, könnte hier dann natürlich auch ein Foto drin sein. Genau. Und dann wurde hier jetzt noch geschrieben, die Idee ist klasse für einen Brotkorb. Wenn ihr natürlich Lebensmittel reinfüllen möchtet, geben wir euch den Tipp, benutzt die Holzstäbchen in Natur oder man muss es dann nochmal mit dem Steinlack versiegeln. Genau, mit dem Steinlack versiegeln, einfach weil das Ganze wird dann lebensmittelecht. Ja. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die nächsten Termine und auch die Empfehlungen, die ja heute sehr, sehr wichtig sind. Und da sehen wir jetzt einmal den, muss ich ihn selber suchen, den Lack und Kleber Dekopage Plus. Das braucht ihr beim Reißpapier. Und dann nochmal die Heißklebepistole, wenn ihr mit den Stäbchen arbeitet. Also für uns eigentlich die einfachste Lösung, aber ihr könnt gerne auch mit dem Bastelkleber arbeiten. Alles weitere, was wir hier verwendet haben, seht ihr jetzt auch nochmal auf einen Blick. Und dann gucken wir direkt weiter, welche nächsten Termine anstehen. Also ganz wichtig nochmal, unser großer Basteltag bei QVC findet am 31.01. statt. Ob 0 Uhr geht es da los und wir sind wirklich fast den ganzen Tag da. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten hat QVC ja den Tag verschoben. Und deswegen gibt es diese Woche Mittwoch um 15 Uhr, also ab 15 Uhr zwei Stunden lang eine Sonder-Live-Show mit Karin. Und dann, Patricia und ich sind auch wieder dabei, freuen uns riesig, denn es gibt tolle Überraschungen, tolle Sets, kleine Sets, die ihr euch gewünscht habt. Wir hoffen, ihr seid alle dabei. Wir freuen uns, was Schönes aus diesem tollen Tag noch zu machen. Wir haben nächste Woche Montag wieder eine Live-Show, wie immer. Und ja, freuen uns erstmal auf Mittwoch und auf euch. Wir haben natürlich noch eine Aufgabe. Genau. An diesem tollen Montag. Und dann sehen wir uns schon Mittwoch um 15 Uhr wieder, oder? Genau. Ich hoffe, euch hat es schon mal gefallen. Ihr habt viele Inspirationen bekommen, was man alles aus Holzstäbchen machen kann. Ich bin gespannt, also wir sind gespannt, was dann noch alles von eurer Seite entsteht, was wir an tollen Fotos bekommen. Ja, da bin ich auch echt gespannt. Was man damit machen kann, oder? Ja, vor allem, hast du eigentlich rausgefunden, welche Farbe die Favoritenfarbe war? Wir müssen uns das gleich nochmal gucken. Okay, ich bin gespannt. Angucken, wer was geschrieben hat. Also, wer weiß, welche Lieblingsfarbe ihr habt. Vielleicht sind es auch einfach die Naturfarben. Kann auch sein. Könnte auch sein, oder? So, und jetzt lesen wir gemeinsam vor, wer heute das Teilengewinnspiel gewonnen hat. Und zwar ist das die liebe Bianca Kohlberg. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Überraschungspaket. Das stellen wir dir gleich natürlich gemeinsam dann nochmal zusammen. Danke für eure tollen Kommentare, Ideen, Anregungen und auch Fragen. Wir sehen uns am Mittwoch um 15 Uhr zu unserer Sonder-Liveshow mit Karin. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020